Dieser Terzsch, Glückwunsch zum Einzug ins Finale. Wie hast du den Tag und das neue Rennformat heute erlebt? Hat richtig Spaß gemacht, da was Neues zu machen, ja. Wie lief der Tag für euch? Wie hattest du den Überblick? Es war eine ganz, ganz große Gruppe. Ihr seid da noch rangekommen. Wie schafft man sich da den Überblick? Ich bin nicht rangekommen. Ich war von Anfang an vorne mit in der Gruppe mit dabei und die andere Gruppe ist zugefahren. Also ich hatte von Anfang an den Überblick, wer drin ist und wer kommt und wo ich sein muss. Wie läuft jetzt die Regeneration für dich ab und was wünschst du dir für den morgigen Tag? Wie soll der ablaufen? Ich sag mal, ich mach's wie nach einer normalen Trainingseinheit. Also ausfahren, essen, knacken, ein bisschen entspannen. Vielleicht heute Abend nochmal locker irgendwie sich bewegen und dann schlafen, essen, das übliche. Und dann morgen wieder los, ja. Morgen wieder Vollgas. Wie erwartest du das im Vergleich zu heute? Ich kann mir schon vorstellen, dass es ein bisschen härter wird, dass heute Abend ein bisschen zurückgehalten haben, die zurückhalten konnten. Aber auch da fokussiere ich mich einfach, dass ich eine Runde nach der anderen mache und nicht zu weit nach vorne denke, sondern immer nur auf den nächsten Moment. Viel Erfolg dabei und gute Regeneration. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank.